Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Herzlich willkommen, mein Name ist Norman Müller. Und bevor wir loslegen mit dem heutigen Thema, muss ich noch so einen kleinen Review machen. Diese Podcast-Folge hier erscheint am Freitag. Das heißt, die Woche ist gelaufen. Wochenende steht vor der Tür. Und es ist immer so cool, so im Angestellten-Dasein ist total wichtig. Freitag um eins macht jeder seins. Und dann gehst du ins Wochenende und alles ist nice. Und du denkst nicht mehr an Arbeit. Ist natürlich bei uns nicht so. Wir Startups, und ich zähle mich einfach mit dazu, wir arbeiten immer in unserem Kopf an coolen Ideen und dergleichen. Ja, also was wollte ich sagen. Diese Woche sehr bewegend ein Live-Webinar mit Hendrik Kohake. Hendrik hat es tatsächlich geschafft, mich für den Aktienmarkt zu begeistern. Denn er hat uns eine Strategie vorgestellt, wie jeder ohne Vorkenntnisse, also ich, also ohne Vorkenntnisse, an der Börse, von der Börse partizipieren kann durch Aktienhandel. Ja. So. Und ich habe ihn überreden können und habe gesagt, Hendrik, lass uns bitte in der Genius Alliance University eine Masterclass dazu machen. Also Aktieninvestor Masterclass haben wir das Ganze genannt. Haben das kurzfristig aufgesetzt und wir starten im Dezember damit. Es geht vier Wochen mit Hendrik und meine Frau Katharina ist auch mit dabei zum Thema Money Mindset, weil gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Das Mindset ist wichtig auf der einen Seite, aber vor allen Dingen auch das, was der Hendrik uns vorstellt, nämlich die Strategie dahinter, sodass wirklich jeder ohne Vorkenntnisse hier mitmachen kann. Also ich bin sehr gespannt, wenn euch das Thema interessiert. Link in den Show Notes. Dann war ein ganz spannendes Interview, ein Podcast-Interview, habt ihr vielleicht gehört, mit Benjamin Miesner. Mit seinem Startup Swarm Hotels fand ich ein überragendes Konzept, noch ganz am Anfang der Startup. Aber es lohnt sich wirklich, das mal anzuhören oder so ein paar Investoren mal anzupieken und zu sagen, hey, hört euch und schaut euch das an. Das ist wirklich nochmal eine ganz andere Asset-Klasse im Bereich Touristik. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen cooler Typ, cooles Team dahinter und sehr durchdacht. Da zeigt sich einfach das Research, das A und O ist, wenn ich so ein Startup aufmache, dass ich diese Branche einfach durchdringe, für die ich gerade ein innovatives, neues, besseres Produkt entwickle. Also auch eine ganz fantastische Sache diese Woche gewesen. Und was wollte ich euch noch erzählen? Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, denn Nico hört hier vielleicht mit. Denn wir dürfen ab nächstem Jahr den Podcast von Startbahn 27 machen. Das heißt, das ist ein Accelerator in Schweinfurt. Und dazu gibt es dann das entsprechende Radio und dieses Podcast-Format darf ich mit Nico zusammen machen als Host, als Chor-Host. Das werden wir uns noch austüfteln und freue ich mich sehr darauf. Vielleicht sogar so eine kleine Vorreiterrolle für andere Regionen, in denen ja auch Leute vielleicht ein Unternehmen gründen wollen. Und so ein Podcast hilft natürlich einfach auch, Wissen zu teilen, so wie wir das jetzt hier machen. Ein kurzer Break an dieser Stelle für einen Hinweis in eigener Sache. Viele Tech-Companies und Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen, ganz egal ob Startups oder fest im Markt etablierte Unternehmen, stehen mehr und mehr vor einer großen Herausforderung. Sie alle sind auf der Suche nach Mitarbeitern im Digitalvertrieb. Kein Wunder, denn wir haben derzeit einen viermal so hohen Bedarf an Vertriebsprofis, als der Markt an Spezialisten im Moment überhaupt aufweisen kann. Hinzu kommt, dass durch die Digitalisierung immer mehr Top-Leute im Digitalvertrieb gebraucht werden. Und hier kommt die Schwäche unseres Bildungssystems zum Tragen. Es gibt keine Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer oder Universität, in der du Vertrieb und Verkauf wirklich lernen kannst. Ich war selbst Verkaufstrainer bei einem der größten Versicherungskonzerne und weiß, wie wichtig die Verkaufs- und Vertriebskompetenz als Motor im Unternehmen ist. Die gute Nachricht, wir haben das Problem gelöst. Denn wir bringen Podcasting und Digitalvertrieb in einer einzigartigen Kommunikationsstrategie zusammen. Der Podcast wird für dein Unternehmen zu einem wertvollen Instrument, um echte zwischenmenschliche Beziehungen und vor allem tragfähige Netzwerke aufzubauen. Unternehmen, die sich für eine Full-Service-Produktion bei uns entscheiden, sind mit Sicherheit perfekt im Digitalvertrieb für die Zukunft aufgestellt und gewinnen sofort neue Kunden. Wir bauen das Know-how im Podcasting und Digitalvertrieb auch in deinem Unternehmen auf oder, wenn dir das lieber ist, bringen wir eines der Talente mit, die wir bereits ausgebildet haben. Wie das Ganze funktioniert, erzähle ich dir in einem kostenfreien Strategie-Call via Zoom. Den Link findest du wie gewohnt in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Aber jetzt geht es erst einmal weiter hier. Viel Spaß. Ja, genau. Belassen wir uns bei den drei Themen. Wenn euch mehr Themen interessiert, was hier so alles abgeht, dann gerne in die Jeans Alliance, in den Jeans Alliance Base kommen. Auch hier den Link in den Show Notes. Oder und den Newsletter abonnieren. Dann habt ihr das Ganze natürlich frisch in eurer Inbox. So, Thema heute. So löst du schnell deine Wachstumsbremse. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, weil es uns irgendwie alle betrifft. Und ich habe eine ganz interessante Entdeckung gemacht und die will ich gerne mit euch teilen. Ich will aber so ein bisschen in der Historie ein bisschen zurückgehen. Und zwar das Jahr 2018. Da ist nämlich meine Tochter geboren worden, die Anna. Und ich habe mir überlegt, das war so Ende 2018. Ich habe mir überlegt, eigentlich, oder was heißt eigentlich, ich wollte einfach in dieser Zeit, in dieser Zeit, wo Anna auf die Welt kam und danach natürlich einfach mal Papa sein dürfen. Ich hatte keine Lust mehr, irgendwie so mein eigenes Wachstum zu managen, sondern ich wollte einfach ganz bewusst das Wachstum meiner Tochter und auch meiner anderen Kinder in dieser Zeit erleben. Und deswegen habe ich quasi so meinen Unternehmerjob und viel mehr als das war es dann auch in dieser Zeit irgendwie für mich nicht mehr. Es war nur so ein Abwickeln und so ein, ja, so ein Trott, kennst du vielleicht auch. Es war einfach ein Job, ja, so. Keine Berufung mehr, sondern ein Job. So, und dann bin ich einfach in dieser Zeit Papa gewesen. Und was mich ja total begeistert hat, dass ich mit Anna so unter diesen Spielebogen krabbeln konnte, ja, und so Bauklötze bestaunt habe. Also ich habe versucht, in dieser Zeit das durch ihre Augen zu sehen. Und es war so ein Entdecken und so ein Erleben, ja, dass ich quasi jede neue Erkenntnis, die Anna gemacht hat, so auch selbst gemacht habe. Und wir haben das dann ordentlich gefeiert, ja, als hätte ich das zum ersten Mal selber gemacht. Also das war eine wunderbare Zeit. Und übrigens in dieser Zeit entstand auch der Claim und das Markenversprechen von Genius Alliance, dass da heißt, Grow by lifting others. Also dadurch, dass ich ihr geholfen habe, so beim Gehen, ja, so die ersten Gehversuche und so weiter, haben wir uns so gegenseitig eigentlich geholfen. Also man nimmt das ja als Erwachsener natürlich ein bisschen anders wahr. Aber sie hat mir auch ganz viele Botschaften gesendet. Ich war empfänglich dafür in dieser Zeit. Also wenn man sich auf etwas einlässt, auf einen Menschen einlässt, auf eine Situation einlässt, dann sieht man ja ganz andere Dinge, als wenn es so nebenbei läuft. Und das geht ja gerade in diesen ersten Lebensjahren unfassbar rasant, wie schnell dann Dinge auf einmal beherrschbar waren. Laufen, sprechen, brabbeln. Und das hat mir ganz viel gegeben. Und ich habe diese Zeit natürlich genutzt. Ich konnte das unternehmerische Gehen ja nicht einfach abschalten. Das geht natürlich nicht. Also habe ich die Genius Alliance quasi so weiterentwickelt oder gebaut, als würde ich im Keller irgendwie eine Modelleisenbahn aufbauen. Ja, also verlierst du dich dann ab und zu mal so in deinen Gedanken und habe im Grunde die drei Jahre, dreieinhalb Jahre so in einem Research-Prozess verbracht. Ich habe ganz viele Startups beobachtet, Gründer, Unternehmer, Unternehmerinnen beobachtet, mit denen gesprochen und so weiter. Und wollte einfach wissen, was sind die Erfolgsmuster dieser Unternehmen, in die Investoren gerne ihr Geld einbringen. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die will ich heute mit euch teilen. Und zwar, und im Grunde hat Anna mir das die ganze Zeit schon gezeigt, dass eine der wesentlichsten Wachstumsbremsen unser, wie formuliere ich das, unser Glaubenssatz ist, dass wir das im Moment noch am besten können. Es ist dieses Eigenbröderische, Einzelne, ich kann das, ich mache das, auf mich kann ich mich verlassen. Und das Gegenteil davon, was mir die anderen gezeigt haben, was ich auch aus den Gesprächen mit den Startups und den Unternehmern oder mir klar wurde, war die Tatsache, dass Wachstum nur in einem Wir stattfinden kann. Es kann nur in einem Team stattfinden. Du kannst das nicht alleine machen. Ich habe nämlich Unternehmer getroffen, die sich so ihren eigenen, wie soll ich sagen, Kokon gebaut haben. Sie selbst waren so der Star ihres Unternehmens. Vielleicht hatten die eine Assistenz, okay, mehr aber auch nicht. Die so ein bisschen die Social Media Kanäle gepflegt haben und so weiter. Da war die Personal Brand das Wichtigste. Gar nicht so sehr, die Corporate Brands gab keine übergeordnete Marke oder so. Sondern man wollte das so aufbauen, dass es übersichtlich ist, dass es beherrschbar und voll kontrollierbar ist. Und diese Leute haben damit Erfolg gehabt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Leute, die sich diesen Kokon gebaut haben, dass die nicht erfolgreich waren. Doch, auf jeden Fall. Also je nachdem, wie sie das angestellt haben. Aber die waren durchaus erfolgreich, aber sie waren eben nicht skalierbar. Sie konnten nicht weiter wachsen. Bis zu einem bestimmten Punkt kannst du das treiben. Aber irgendwann kannst du einfach nicht mehr Kunden annehmen. Du kannst auch nicht mehr Geschäftsmodelle entwickeln. Du kannst auch nicht mehr Prozesse handeln. Weil dein Tag einfach nur 24 Stunden hat. Und das ist am Ende immer oder oft eine Zeitfrage. Sei denn, du hast eine Software entwickelt, aber dafür brauchst du auch wieder ein Team. Das kannst du auch wieder nicht alleine machen. Den Vertrieb, das Marketing und so weiter. Das kannst du alles nicht alleine machen. Das heißt, das, was die Anna mir die ganze Zeit gezeigt hat, um zu sagen, du Papa, ich brauche dich und ich brauche meine Geschwister, um das einfach schneller zu lernen, hat Anna als Nesthäkchen quasi den Beweis angetreten, dass wenn sie sich das abguckt von den Brüdern und Schwestern und meinen Support, meine Begleitung hat, dass sie viel schneller in ihrem Lern- und Begreifungsprozess ist, als wenn sie jetzt, sagen wir mal, als Einzelkind unterwegs wäre. Und das fand ich spannend. Siehst du deinen großen Bruder, wie der da auf dem Skateboard vorbeifährt, da willst du das als kleines Mädchen natürlich auch. Oder siehst deine große Schwester, wie die im Garten über irgendwas drüber springt und dann kriegst du große Augen und dann fängst du auch an zu hüpfen. Ja, das ist völlig klar. Und so ist ja auch diese Tatsache, dass dein Umfeld dich wahnsinnig prägt und beeinflusst, ein ganz wichtiger Umstand. Also umgib dich einfach mit Menschen, die dich weiterbringen, die dich fördern und fordern und supporten. Grow by lifting others ist im Grunde genau das, dass du Menschen findest, die einfach Lust haben zu sagen, ich helfe dir bei dem, was du vorhast. So funktionieren auch Netzwerke. Und da merkt man, wie die ganzen Zahnräder ineinander greifen. Die Netzwerke, die belastbaren Netzwerke sind die, wo du reinrufen kannst oder Leute kontaktieren kannst und sagen kannst, hey, ich brauche einen Kontakt. Kannst du mir helfen? Ja, und dann wird dir geholfen. Es ist eben keine Ansammlung von Follower auf irgendeiner Social-Media-Plattform, sondern es sind Netzwerke, Netzwerke, die du, also die dich unterstützen und die du natürlich unterstützt. Das ist ja immer eine Synergie. Das wir, damit meine ich immer das Miteinander. Das wir ist nicht die Masse von Menschen, die dich umgibt. Nicht mehr Menschen ermöglichen dir mehr Hilfe, sondern die Qualität ist wichtiger als die Quantität. So, das bedeutet, die Unternehmen, die letztendlich interessant für Investoren waren, waren die Unternehmen, die verstanden haben, dass der Erfolg der Unternehmung, der Erfolg des Geschäftskonzeptes, der Idee, sich im Team begründet. Ja, also je komplementärer, also sich ergänzender die Teammitglieder waren, desto besser war es natürlich. Je erfahrener die Teammitglieder waren, desto besser war es. Und es gibt wenige Startups, die so One-Man-One-Woman-Shows sind, in die gern investiert wird. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also ich habe so das Gefühl, so nach meinen Beobachtungen, so ab zwei Leute, also zwei Founder, die sich gegenseitig stützen, die sich supporten, die sich gegenseitig ergänzen. Ja, da fängt es dann an, interessant zu werden. Und ein Investor schreckt immer zurück, wenn das Team nicht diese Präsenz hat, sondern nur eine Person. Dann hängt diese ganze Unternehmung auch eher so an dieser einen Person. Aber eine gute Idee wird geteilt, und das ist eben genau das, was ich beobachtet habe, geteilt mit Leuten, die Lust haben, mitzumachen, mitzuhelfen, mitzuwachsen. Vielleicht nur einen gewissen Zeitraum. Vielleicht nicht für immer. Wir wollen ja immer für immer. Wir wollen ja Mitarbeiter für immer. Co-Founder für immer. Ich glaube, wenn wir uns auch einfach mal einen Zeitraum gönnen, wenn wir einfach mal sagen, okay, für die nächsten Jahre, vielleicht sind es zwei, vielleicht fünf, vielleicht zehn, wer weiß. Aber vielleicht ist es einfach der Weg, den man zusammen geht. Und wenn der sich irgendwann mal trennt, Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, Co-Founder eine andere Idee haben und ein anderes Unternehmen aufbauen wollen, ist alles okay, ist alles in Ordnung. Aber sich da einfach bewusst zu werden und zu sagen, ich baue ein Team auf, eine Familie, die um dieses Produkt, um diese Dienstleistung, um diese Marke herum das Ganze beatmet und befeuert, dann hängt das nicht mehr nur an einer Person. Und das entdecken viele, die sehr erfolgreich so eine Einzelunternehmung aufgebaut haben und dann feststellen und sagen, wow, ich bin eigentlich alleine. Ich bin nicht skalierbar. Wenn ich in Urlaub gehe, dann verdient das Unternehmen kein Geld. So. Einfach mal so stehen lassen. Wenn ich krank bin, da passiert einfach nichts mehr. Ich kann es nicht mehr delegieren, weil ich niemanden habe. Und dieses im Wir-Wachsen, im Team-Wachsen, auch voneinander zu lernen, das ist ein unfassbarer Booster. Vor allen Dingen, wenn du es wirklich schaffst, eine Unternehmenskultur aufzubauen, ein Spirit aufzubauen, du meinst, und das ist echt schwer. Da muss man sich wirklich mit beschäftigen. Das ist wirklich auch, finde ich, eine wichtige Aufgabe im Leadership, dass man ein Team aufbaut, die gemeinsam durch dick und dünn gehen, die gemeinsam an die Idee glauben, und die sich wirklich identifizieren mit deinem Unternehmen, mit der Marke. So. Und die dann gemeinsam nach vorne gehen und alles dafür tun, sich einbringen, proaktiv sind. Nicht nur dieses Aufgaben empfangen, Aufgabe lösen oder umsetzen, so nächste Aufgabe, so das ist Fließband, das ist langweilig, das ist old school. Genau. Also, um es nochmal zusammenzufassen an dieser Stelle. du kannst für dich alleine als Personal Brand natürlich ein Unternehmen aufbauen. Ja. Das kannst du auch erfolgreich machen. Ja. Und du wirst irgendwann an einen Punkt kommen, und das ist eben auch ganz sicher, an dem du nicht mehr wachsen kannst. Also, du kannst dein Unternehmen nicht mehr skalieren. Oder nicht mehr so einfach, nicht mehr exponentiell. Ja. Sondern vielleicht fällt dir noch ein zusätzliches Geschäftsmodell ein, was du noch draufschrauben kannst. Ja. So. Dann ist das in den zeitlichen Grenzen, die dir auf natürliche Weise zur Verfügung stehen, halt einfach das, was du anbieten kannst. Und davon kannst du mit den Risiken, die damit verbunden sind, natürlich, damit kannst du natürlich dann auch gut leben oder ein gutes Unternehmen aufbauen. Ja. Das machen ja viele vor, die das als Personal Brand erfolgreich praktizieren. Auf der anderen Seite, und das ist ja vielleicht auch einfach mal so in deine Überlegungen einzubeziehen, eine viel interessantere Geschichte, das mit einem Co-Founder zu machen. Ja. Also, ein Team zu machen mit zusätzlichen Mitarbeitern, vielleicht virtuellen Assistenten am Anfang, später Angestellte. Ja. Also, da einfach ein Team aufzubauen und zu sagen, okay, was können wir alle dafür tun, damit wir unser Produkt noch besser machen können. Damit noch mehr Kunden uns finden, uns ansprechen. und dergleichen. Und das, glaube ich, ist die größte Wachstumsbremse, dass ich glaube, dass es einfacher ist, also diese falschen Glaubenssätze erarbeitet, dass es einfacher ist, wenn ich es selber mache. Wenn ich das Business selber zu 100% beherrsche und zu 100% führe. Und dass ich alles um mich herum ablehne, was ich nicht mehr schultern kann. Und der Glaubenssatz, der dazugehört ist, ich fokussiere das, was ich mir selbst als Ziel gesetzt habe. Und das ist oftmals das Ziel, was sehr eng mit mir als Persönlichkeit verbunden ist. Also, dass ich mich darauf konzentriere und sage, ich möchte jetzt genau das erreichen. So, dafür bin ich als Person notwendig. Und wenn jetzt von außen jemand kommt und sagt, ey, ich will gerne mit dir mitspielen, dann lehne ich das ab und sage, nee, sorry, ist nicht mein Fokus. Mein Fokus ist das. Wie gesagt, ich will damit nicht sagen, dass das nicht erfolgreich ist. Ganz im Gegenteil. Es gibt sehr erfolgreiche Leute, die das genauso praktizieren. Aber es ist auf lange Sicht einfach nicht skalierbar. Und es ist sehr eng an der Person selber aufgehängt. Was natürlich schwierig ist, weil das Unternehmen willst du vielleicht irgendwann mal weitergeben oder verkaufen, sondern verkaufst du deinen Namen. Wenn es dich nicht mehr gibt, ist das wertlos oder weitestgehend wertlos. deswegen einfach mal diesen Gedanken mitnehmen und sagen, okay, Wachstumsbremse vom Solopreneur hin zum Teamplayer. Ein cooles Team aufbauen und mit diesem Team antreten und mit diesem Team pitchen. Und ich bin mir sicher, dass mehr Investoren, gerade wenn du auch dein Team sichtbar machst und sagst, hey, guck mal, was ich für coole Leute hier habe, die sind echt wichtig für die Weiterführung des Produktes und des Unternehmens, dann wirst du auf jeden Fall, wenn du denn Investoren suchst oder da Skalierungsmöglichkeiten nutzen möchtest, dann wirst du natürlich Investoren finden, die genau darauf Wert legen. Und das sind aus meiner Erfahrung die meisten. Also 99,9% der Investoren, die ich getroffen habe, die fragen immer nach dem Team. Mindestens die zweite Frage. Die erste Frage ist die Geschäftsidee. Und wenn die mich nicht abschreckt, dann frage ich sofort nach dem Team. Wer sind die Kompetenzträger? Passiert das alles im Unternehmen oder ist das alles outgesourced? Gehört das wirklich dir? Sind Patente angemeldet? Und so weiter und so fort. So, also das soll der Impuls heute gewesen sein. So löst du schnell deine Wachstumsbremse. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wenn du Lust hast, das mal zu diskutieren bei uns in der Community, dann gerne Kommentar unter die Shownotes dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche Montag. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.